SWR 1 Leute Neid, der Radiotalk im SWR Fernsehen. Ich hoffe, Sie sind nicht betrunken nach der Sendung. Wenn man so lange über Bier redet und über Hopfen und Malz oder über die wachsende Craft-Bier-Szene, kann das ja schon leicht passieren. Ich begrüße im Studio die amtierende Biersommelier des Jahres, Sophia Wenzel. Schönen guten Morgen. Hallo, guten Morgen, moin. Wir haben uns zwar erst vor einer halben Stunde das erste Mal gesehen, aber wenn man so redet, Sie duzen alle, ne? Ja, meistens. Finde ich sympathischer. Dann machen wir das jetzt auch, ne? Wenn das in Ordnung ist. Ja, na, das ist das. Wenn man das so erklärt, ist das doch völlig klar. Wann hast du dein letztes Bier getrunken? Ich würde sagen, am Wochenende. Ich würde sagen, am Wochenende, da muss ich lange nachdenken. Also gestern? Nee, eher Freitag oder Samstag. Ach so. Ja, wenn man dienstlich mit Bier zu tun hat, ich weiß nicht, wie das dann privat aussieht, vermeidest du zu Hause dann das Bier trinken? Oder wenn du selber auf Piste bist? Vermeiden nicht, aber man trinkt natürlich bewusster. Das ist klar. Ja, bewusst sollte man ja immer trinken, sonst schmeckt es doch gar nicht. Das Rausschmecken und so, oder? Ja, also man sucht sich dann natürlich immer die Viere aus, auf die man sich freut, die man unbedingt probieren möchte und stellt sie im Kühlschrank und freut sich natürlich auf den Tag, wo man sagt, heute kann ich mal auch entspannt das ganze Bier quasi trinken und entspannen dabei und denke mir nicht irgendwas aus oder verkoste das richtig professionell. Kannst du einschätzen, wie viele verschiedene Biere du in deinem Leben schon probiert hast? Über 3.000 auf jeden Fall locker. Gibt es denn so viele? Auf jeden Fall. Ich dachte, es gäbe nur 800 Sorten, aber dann von den Sorten wieder verschiedene, ne? Naja, es gibt ja verschiedene Bierstile und verschiedenste Hersteller oder Brauereien, die natürlich Bier brauen. Das heißt, da hat man schon einiges zu probieren, vor allen Dingen, weil es auch immer Sondersude gibt, Specials, verschiedenste Hopfensorten, also da geht schon einiges. 3.000 verschiedene. Und ganz ehrlich, wie viel könnte man davon blind unterscheiden? Also grob kann man alle schon blind unterscheiden. Theoretisch jedenfalls. Genau. Aber du erzählst mir doch nicht, dass du 3.000 Biersorten in der Blindverkostung rauskriegst. Nein, auf gar keinen Fall. Natürlich nicht. Das kann ich mir auch nicht vorstellen. Was schmeckt man raus, wenn man ein Bier kostet? Es kommt natürlich auf das Bier an, was man probiert. Man riecht natürlich dran, man hat verschiedenste Aromen, ob es so blumig-floral ist, man kann aber auch ganz, ganz Citrus-fruchtige Noten bekommen, Ananas, Papaya, es geht dann auch weiter in brauner Zucker, Kaffee. Da hat man am Ende auf der Zunge vielleicht was Schokoladiges oder was ganz, ganz Herbes. Es kommt immer sehr auf den Bierstil an, den man probiert. Also wenn ich das jetzt so theoretisch höre, dann hätte ich mir nie gedacht, dass es dabei um Bier geht. Nee, ist gut, oder? Aber das Reinheitsgebot schreibt doch vor, dass da kein Kakao oder keine Citrus-Früchte drin sein dürfen. Genau. Also es gibt Biere, die sind komplett nach dem Reinheitsgebot gebraut und es schmeckt trotzdem nach Kakao. Und zwar wird das Malz einfach karamellisiert oder geröstet über Feuer und dann entstehen diese Aromen, die wir, oder die menschliche Zunge kann sie einfach nicht so gut auseinanderhalten. Und das darf man? Das darf man, absolut. Man kann mit dem Malz machen, was man will, und dann schmeckt das hinterher nicht mehr nach Bier. Nicht mehr nach dem Bier, was man kennt vielleicht. Es ist immer noch Bier und es schmeckt auch noch nach Bier. Es ist immer noch. Wir sind uns ja gerade erst begegnet. Wenn du mir jetzt anguckst, könntest du schon einschätzen, was ich für ein Biertyp bin? Pilz oder Helles? Woran sieht man das? Das ist ein Gefühl. Gutes Gefühl. Ich komme aus Westfalen, aus einer Bierstadt, nämlich aus Herford. Und das ist Herforder Pilz. Und wenn man damit groß wird, dann prägt einen das irgendwie. Ja, ja, deutlich. Bist du als Frau auch mit Bier groß geworden? Mit Bier groß geworden bin ich nicht, aber... Also nach der Muttermilch, meine ich. Genau, deswegen bin ich so groß geworden, weil ich die ganze Zeit Bier getrunken habe. Nein, ich bin natürlich später erst in Kontakt bekommen mit dem Bier an sich und habe mich auch relativ neu in dieses Thema verliebt. Gerade in diese speziellen Craft-Bier-Sorten, die es gibt. Wer ist Ninkasi? Ninkasi ist die Biergöttin damals bei den alten Sumerern. Und zwar geht es darum, dass Bier ja schon immer von Frauen gebraut wird. Also auch schon von Tausenden von Jahren. Weil die Frau war natürlich dafür zuständig, Brot zu backen und Bier herzustellen. Schöne Tradition, Anni. Sollte man wieder aufnehmen. Aufleben lassen, genau. Mehr Frauen als Brauerinnen. Daher kommt auch der schöne Satz, bei ihr ist Hopf und Malz verloren. Wenn sie das nämlich nicht hinbekommen hatten, musste man Hopfen und Malz wegwerfen, was natürlich kostbar war. Das geht ja gar nicht. Aber die Menschen waren schon immer erfinderisch. Und gerade auch, wenn es in den Drogenbereich geht. Wieso? Alkohol ist eine Droge. Ja, das stimmt. Und man möchte sich ein bisschen stimulieren. Das wollten die Menschen. Es gibt keine drogenfreie Gesellschaft. Die einen saufen nur, die anderen kiffen und die anderen kauen Cut. Ich mache das mit dem Bier. Deswegen habe ich dich ja eingeladen. Also der ursprüngliche Grund, warum man Bier quasi gebraut hat oder ein Getränk mit ein bisschen Alkohol und Hopfen hergestellt hat, ist natürlich, dass das Trinkwasser nicht immer so gut bekömmlich war. Und mit Alkohol, das töte natürlich auch Bakterien ab, war antiseptisch der Hopfen, um sich einfach gesund zu halten auch. Ein bisschen als Medizin vielleicht auch gesehen. Das nehmen jetzt viele gerne als Ausrede. Ich trinke aus medizinischen Gründen. Ich vertrage keine Antibiotika. Ich muss Bier trinken. Das heißt, du bist doch nie krank, ne? Ich bin nie krank, nein. Siehst du, das kommt eben vom vielen Bier trinken. Genau, es ist gesund. Dann halten wir das mal fest. Aber Kinder nicht nachmachen. Man muss damit umgehen können. Wann hast du dein erstes Bier getrunken? Ich glaube, ich habe mit 16 nochmal von meinem Großvater den Bierschaum probiert. So, das sind so die ersten. Und mit dem Finger rein? Ja, genau. Und dann durfte man halt mal probieren. Das war dann erlaubt. Und ich glaube, dann irgendwie mit 18, 19 oder so auf dem Konzert, glaube ich, durfte man dann offiziell quasi. Und dann hat man auch vorher angefangen, Bier zu trinken. Ich habe relativ spät angefangen mit dem Trinken. Und wann hast du deinen ersten Rausch? Oh, das weiß ich jetzt nicht. Das sage ich jetzt nicht. Muss man ja auch nicht behalten. Hauptsache, man muss am nächsten Tag wieder seiner Arbeit nachgehen und schafft das, ne? Ja, klar. Also man sollte ja vielleicht dich nicht betrinken, wenn man am nächsten Tag früh aufstehen muss. Das ist heute bist du wann aufgestanden? Um vier, kurz vor vier. Um Gottes Willen. Alles für uns. Sehr gerne. Sehr nett. Vielen Dank. Die Craft-Bier-Szene wollen wir anfangen zu beurteilen. Ja, genau. Da müssen wir den Leuten, die das nicht wissen, erstmal sagen, was das ist. Craft-Bier ist ein handwerklich hergestelltes Bier. Genau. Meistens von einer kleinen Brauerei oder auch mit sehr, sehr viel Vielfalt hergestellte Biere. Also verschiedenste Sorten, verschiedenste Bierstile, sehr saisonale Biere und oft auch mit dem Fokus darauf, dass man sagt, okay, unser Malz, unser Korn kommt vom Bauern nebenan. Sehr regional auch immer ein bisschen beachtet. Hat denn das Bio-Siegel auch in der Bier-Szene schon Einzug gehalten? Es gibt Bio-Biere, definitiv. Also das ist natürlich ein wachsender Punkt, aber oft schreibt man sich noch zusätzlich drauf, weil man davon ausgeht, dass es zum Großteil Bio ist. Also es gibt Brauereien, die sogar versuchen, ihren Strom als Ökostrom zu beziehen, den sie komplett brauchen, um das dann auch wirklich sehr konsequent durchzuziehen. Schmeckt man das auch raus, ob es Bio ist oder nicht? Ich glaube, das schmeckt man nicht raus. Ich glaube, Strom und Energie hat keinen Geschmack. Nein, Strom und Energie nicht, aber wenn die Zutaten biologisch angebaut sind, das macht man. Nicht, dass der Betrieb dann... Man schmeckt natürlich einen Unterschied zwischen qualitativ hochwertigen Zutaten und keinem, ob sie jetzt unbedingt Bio sind oder nicht. Aber oft sind die Zutaten mit der höchsten Qualitätsstufe meistens auch relativ biologisch hergestellt. Die wachsen einfach schöner oder sind schmeckenintensiver. Da merkt man auf jeden Fall natürlich ganz klar. Wie macht man ein Bier? Was brauche ich alles dafür? Ja, Hopfen, Wasser, Malz, Hefe. Ganz vereinfacht gesagt. Das Malz wird quasi zum Keimen gebracht. Dann wird es einmal in verschiedensten Formen quasi getrocknet, gedarrt, geröstet. Dann gibt es eine besondere Mischung aus diesen Malzen meistens. Die werden dann aufgekocht, vorher geschrotet und dann wird da zum ersten Mal Hopfen dazu gegeben. Der wird dann ebenfalls aufgekocht. Dann wird es runtergekühlt. Vielleicht nochmal eine zweite Hopfung. Und danach kommt die Hefe dazu. Und die ist natürlich das Entscheidende, weil sie verwandelt den gelösten Malzzucker in Alkohol und Kohlensäure. Ohne Alkohol wäre nicht so gut, ne? Obwohl es gibt ja auch welche ohne, die lecker schmecken. Genau. Und danach reift es halt eine gewisse Zeit, ein paar Wochen. Und dann kann man quasi nach zwei, drei Wochen kann man sagen, Weißbier ist zum Beispiel fertig, andere brauchen fünf bis sechs Wochen. Oder man macht es zu Hause im Kleinen, das geht dann vielleicht in zwei Wochen. Hast du schon mal zu Hause Bier selbst gemacht in der Badewanne oder im Keller? Also es gibt so eine Braubox von den Besserbrauern, die ist ganz lustig. Und da kann man das einfach mal zu Hause ausprobieren und sich anschauen, wie es funktioniert und ein bisschen üben. Was natürlich ganz toll, wenn man die Ergebnisse dann hat und feststellt, man schafft es auch, selber ein Bier zu brauen. Und das schmeckt auch richtig wie Bier. Das schmeckt auch richtig wie Bier, ja. Und da ist alles drin, was man braucht. Da ist alles drin, genau. Was du gerade erklärt hast, macht man da alles selber. Genau. Ist ein bisschen zeitaufwendig, aber ansonsten macht man alles selber. Gut. Und wenn man dann den Gästen was gibt, kann man sagen, selbst gemacht. Genau. Nicht nur im Kuchen selbst gebacken, sondern auch selber gebraut. Nicht nur selber gegrillt, sondern auch selber gebraut. Also wie lange braucht es einen Brauprozess eigentlich? Das dauert, also es kommt drauf an. Es gibt einmal den heißen Bereich und einmal den kalten Bereich. Ich würde sagen, bis das Bier im Endeffekt fertig ist, kommt es auf den Bierstil an. Aber drei bis sechs Wochen oder drei bis fünf Wochen dauert es schon. Wir wollten ja auch sagen, was der Unterschied ist zwischen dem Industriebier und dem Crafty, außer der großen Menge, die die Industrie hier stellt. Die Inhaltsstoffe, ganz klar. Aber die hast du doch gerade festgelegt. Genau, ja, aber es gibt Unterschiede. Eine Großbrauerei kauft natürlich eher in günstigere Gerste. Eine Sommergerste oder eine Wintergerste, die halt nicht so ergiebig ist. Die kaufen vielleicht einen günstigeren Hopfen ein oder ein Hopfen Öl, was verwendet wird und nicht in super tollen Aromahopfen, der relativ teuer dann im Verhältnis mit sie ist. Also es gibt diese ganzen Ingredienzen natürlich in sehr hochwertig und in sehr, sehr günstig. Und die großen Fernsehbierer sind alle sehr, sehr günstig oder gibt es da auch was anderes? Ich möchte jetzt niemandem zu nahe treten, aber es gibt natürlich immer jemanden, der es hochwertiger herstellt. Ja, das ist in Ordnung. Aber deswegen sind die Craftbierer in der Regel auch deutlich teurer. Ja, tatsächlich liegt es oft daran und das natürlich auch in kleineren Mengen produziert wird. Klar, wenn man eine Sache mal tausend oder mal eine Million herstellt, wird es irgendwann günstiger, als wenn man es nur mal hundert produziert. Wie viele Craftbiere gibt es denn inzwischen? Ja, das kann man jetzt gar nicht so direkt sagen. Sag bloß, du kennst die auch nicht alle. Man kann es nicht genau zählen und es fängt natürlich auch immer an, wo definiert man Craftbier? Craftbier ist ja eigentlich auch die kleine Brauerei, die seit Ewigkeiten in einem Ort steht und sehr traditionell braut. Ich meine, Bamberg hat zum Beispiel eine ganz hohe Dichte oder hier gerade im Süden von Deutschland gibt es natürlich ganz, ganz viele tolle Brauereien, die eigentlich auch Craft sind, aber sich noch gar nicht so nennen. Ja, die gab es schon, bevor es den Begriff Craftbier gab. Genau. Das war ein Tante-Emma-Laden bei den Brauern sozusagen. Also die haben handwerklich für sich ihren Ort und den Nachbarschaft was gebraucht und konnten auch davon leben. Genau. Das ist eigentlich auch der Ursprung, denn die Craftbier ist ja auch in den USA entstanden, als dieses Homebrewing-Gesetz, was es damals gab, quasi das Homebrewing erlaubt wurde. Da hat man sich gedacht, na gut, wir haben hier viel Land, viel Felder, mache ich jetzt mal was, brauche ich mal ein Bier, teile das mit meinem Nachbarn vielleicht noch, aber das war es auch schon. Da haben sie natürlich auch richtig angefangen auszutoben und das entsteht jetzt hier in Deutschland gerade wieder. Die kleinen Brauereien wurden ja oft geschlossen in den letzten Jahren, wurden verkauft und das wird jetzt ein bisschen wieder aufleben, wird jetzt aufgeliebt. Okay. Wir reden mal über die Vielfalt des Bieres, vom Pilz bis zum Weizen und was es da alles gibt. Was unterscheidet man da hauptsächlich? Obergärig, untergärig? Obergärig, untergärig? Klar. Dann einmal natürlich... Das müssen wir erklären. Ach so, also die Hefe, die ja den Alkohol quasi produziert, ist ein Pilz ursprünglich. Der wird wie Spuren in der Luft auch übertragen oder wurde früher übertragen. Und da gibt es die unterjährige Hefe. Die Marke ist gerne ein bisschen kühler, so 5 bis 15 Grad, um es ganz grob einzuschätzen. Und diese Geschmacksnuancen sind eher so floral, ein bisschen blumig. Aber ansonsten relativ jung, dieser Bierstil, den man sieht untergärigen Bieren, weil man früher die noch nicht so gut brauen konnte mit der untergärigen Hefe. Man muss natürlich immer eine gleichbleibende kalte Temperatur gewährleisten können. Die Ober... Die hatten... Der Pilz gehört dazu, ne? Genau, Pilz gehört dazu. Wie konnte man das Pilz herstellen, bevor man die Industrieanlagen hatte, die das auf der richtigen Temperatur hielten? Zur richtigen Jahreszeit, im Bierkeller natürlich oder im Felsenkeller. Klassisch. Hefe oder Pilz kam aus der Brauerei Felsenkeller, ganz genau. Und das obergärige Bier natürlich kennt jeder eigentlich ganz speziell das Weizenbier. Diese obergärige Hefe da drin ist, die mag es ein bisschen wärmer. Und das Besondere ist, die hat ganz tolle Bananenaromen ganz oft. Deswegen riecht es so nach Banane. Also jeder Hefe bringt auch immer ein ganz spezielles Aroma mit. Also es kann nach Banane riechen, ohne dass Banane drin ist. Richtig, absolut. Das ist rein natürlich. Okay. Also jetzt haben wir schon das Weizen und das Pilz als Beispiele für Ober- und Untergärig. Genau. Was für Sorten? Export? Ganz normales. Ja, das ist... Wenn du eine halbe bestellst. Genau, ja. Kann man aber grob mit unter diese Bierstile Pilz mit einordnen. Wir sind natürlich... Oder ich beschäftige mich auch gerade mit diesen relativ ausgefallenen Bierstilen. Also ein Pale Ale oder ein Indian Pale Ale. Das sind helle Biere mit extremen Hopfen gestopft. Die riechen ganz, ganz fruchtig. Orange Papaya anders. Und am Ende sind sie ein bisschen herber. Weil der Hopfen hat ätherische Öle und Bitterstoffe. Die natürlich beide im Bier dann drin sind. Je nachdem, was das für eine Hopfensorte ist. Da ist die Hallertau ganz groß als Amorgebiet. Und baut natürlich hervorragende Hopfensorten an, die dann auch irgendwie nach Gletschereisbonbon schmecken teilweise. Nach Gletschereisbonbon. Wenn ich Bier trinke, will ich doch kein Gletschereisbonbon im Mund haben. Hat man vielleicht nicht nur. Es gibt natürlich immer eine Kombination aus allen Aromen. Aber es sind natürlich sehr, sehr leckere Sorten. Also wenn man da wirklich Ananas reinriecht. Oder es gibt Leute, die sagen, das riecht wie mein Urlaub auf Hawaii, dieses Bier. Oder da gehen schon richtig Leute das Herz auf und die Augen werden immer größer. Weil da sind doch ganz spannende Sachen einfach drin zu finden, die man gar nicht erwartet hätte. Also auch, wie gesagt, diese Schokonoten, diese Orangensachen. Dann gibt es brauner Zucker. Also eigentlich bunt durchgemischt. Also Pale Ale, Indian Pale Ale ist dein Lieblingsbier? Trinke ich schon gerne, ja. Ist auch ein bisschen, also ist eigentlich der Hype gerade. Ist auch so ein Craftbeer-Trend. Aber ansonsten kann man auch super ein Witbier jetzt trinken im Sommer. Was für ein Ding? Ein Witbier. Ähnlich wie ein Weizenbier, nur mit einem bisschen säuerlicher im Geschmack. Weil die Hefe da einen anderen Geschmack reinbringt. Und das ist nicht so hochprozentig. Und ganz oft werden sie mit Salz und Koriander noch. Mit Salz und Koriander. Genau. Oder in einer orangischen Schale mit rein. Jetzt wollen wir mal feststellen, was du rausschmecken kannst. Die liebe Kollegin Beser ist da und bringt dir zwei Gläser mit zwei Bierchen drin. Und wir wollen jetzt nicht die Marke unbedingt wissen, danke dir. Sondern mal feststellen, was du daraus schmecken und riechen kannst. Bei Bier muss man auch erstmal riechen. Genau, also ich habe mir jetzt zum Ersten die Farbe angeschaut. Und ich würde jetzt schon von der Farbe und ohne zu verkost sagen, es ist ein Pilz auf jeden Fall, beide Biere. Oder vielleicht auch ein helles. Es ist sehr, sehr durchscheinend. Also beim Craft Beer gibt es ja auch ganz, ganz viele Biere, die ungefiltert sind. Da ist natürlich wesentlich mehr Geschmack drin, der natürlich in der Hefe sitzt. Aber hier kann man super durchschauen. Es ist hell, goldig. Es gibt ja auch Biere, die sind dann richtig dunkel. Oder richtig bräunig, orange oder so. Je nachdem. Also da hast du auch Wert drauf gelegt, dass du das in Gläsern kriegst und nicht in Bechern. Oder so, dass du die Farbe schauen kannst. Genau, das sind jetzt nicht unbedingt die richtigen Verkostungsgäste. Aber man kann auf jeden Fall. Schon gut. Daraus trinken und probieren. Dann würde ich natürlich, man kann sich den Schaum angucken, wie fest er ist. Aber der Schaum würde mich jetzt stören, weil dadurch kann ich nicht so gut riechen. Ich brauche natürlich Sauerstoff auf der Oberfläche des Bieres. Dadurch entwickeln sich die Aromen und dadurch kann ich die auch wahrnehmen viel besser. Okay. Du hast das jetzt geschüttelt, also ein bisschen bewegt wie beim Wein. Ja, also mache ich so als Macke eher. Muss man jetzt nicht machen. Man kann es ein bisschen temperieren und das sind jetzt beides Biere, die jetzt nicht so super krass sind in der Nase. Also da kriegt man noch ein bisschen was. Das riecht auf jeden Fall nach Bier. Bisschen blummig, bisschen floral. Man hat so einen leichten, hefigen Geruch oder sowas Malziges, was vom Korn her kommt einfach. Ich probiere mal. Gerne. Zum Wohl. Prost. Ist ganz super, dass ich hier schon Bier trinken darf. Es tut mir leid für alle, die es noch nicht dürfen. Da muss man jetzt noch mal sagen, man muss kontrolliert mit Alkohol umgehen. Genau, es sind hier wirklich mini, mini, mini Schlücke. Ich würde sagen, ein Schnapsglas ist noch nicht mal voll, was hier steht. Aber bei Bier ist es so, das muss man wirklich auch bei einer Verkostung runterschlucken. Den Wein kann man ja dann auch wieder auch... Man muss es schlucken und zwar hat eine Zunge verschiedene Geschmacksareale, Geschmackszonen. Vorne auf der Zungenspitze schmeckt er süß, danach an den Seiten salzig, danach kommt sauer und ganz in der Mitte ist bitter. Und die Bitterkeit ist ja bei vielen Mieren wirklich ein entscheidender Faktor. Wenn wir das quasi nicht runterschlucken würden, würde uns der verloren gehen. Ganz einfacher Trick ist immer ganz schön, wenn man nicht so gut sagt oder man sagt, ich rieche nicht so viel, ich schmecke nicht so viel raus. Man trinkt einen Schluck und atmet durch die Nase aus. Retronasal, dein Gehirn kann von zwei Quellen verarbeiten und dann kommt man eher auf was oder kriegt man eher eine Idee. Okay. Jetzt wird das zweite verkostet und im Mund ein bisschen belassen und dann runtergeschluckt. Zweite ist, glaube ich, wahrscheinlich eher ein helles. Welches schmeckt dir denn besser? Das zweite. Das zweite. Ich gucke jetzt mal drunter, was das erste ist. Okay. Okay. Das erste ist ein Pilz und das zweite ein Pilsner. Also Pilsnerart. Pilsnerart, ja. Was ist Pilsnerart? Ja, man kann sagen, es ist eigentlich der gleiche Bierstil, man hat es nur Pilsnerart genannt. Der Unterschied ist wirklich minimal. Was gehört denn dazu, dass man ein Bier Pilz nennen darf? Untergärig sind sie beiden? Genau, untergärig. Dann sollte es sehr, sehr hell sein und durchaus in der Farbe, das stimmt schon mal. Und es sollte sehr, sehr süffig sein. Das heißt, ich kann davon locker zwei oder drei Gläser oder Flaschen trinken. Deswegen, es ist schlank, würde ich sagen, im Körper, um es jetzt so fachlich auszudrücken. Und es ist nicht besonders stark in irgendeiner Form. Die Bitterkeit ist jetzt auch noch nicht so extrem, wie sie hätte sein können bei einem Pilz. Unser Gast heute in den Leute ist Sophia Wenzel, die amtierende Biersommelier des Jahres, die nicht nur rausschmecken kann, um was für ein Bier es sich handelt, sondern auch Empfehlungen gibt, welches Bier wohl zu welchem Essen am besten passt. Das kannte ich bislang nur von Wein. Da gibt es ja auch richtige Kurse, wo man sowas dann lernen kann. Was kannst du uns sagen, welche Bierart passt am besten zu welchem Essen oder wie individuell unterschiedlich ist das überhaupt? Natürlich kommt es immer auf den Geschmack an. Wenn es dir nicht schmeckt, dann brauchst du es auch nicht trinken. Aber es gibt so kleine Grundregeln, wo man sagt, kleine Bierstier, die passen besonders gut zu einigen Speisen. Also zum Beispiel, wenn man jetzt einen Fisch hat, irgendwas vom Grill, dann passt ein Pele ganz gut dazu, was sehr leicht ist, auch diese Zitrusnoten mit drin hat. Es gibt dunkle Biere, vielleicht sogar diese Schokolonen, wo man sagt, wir nehmen sie zum Dessert oder auch irgendwie zum Braten, wenn es so ein bisschen Rauchbier sein soll. Es gibt ja Pilz, was man irgendwie zu leichteren Gerichten vielleicht trinkt oder irgendwie was Sommerliches. Es kommt immer ein bisschen darauf an, was es für ein Essen ist und was der jeweilige Geschmack auch irgendwie hergibt und wie die Ausprägung ist. Aber wenn jetzt ein Gast zu dir kommt, da hast du ja im Braugasthaus altes Mädchen gearbeitet, als 27-Jährige beim alten Mädchen, klingt auch immer ganz lustig. Und da muss man ja, wenn ein Gast reinkommt und sagt, ich habe mir jetzt von der Karte diese und jene Speisen ausgesucht und bitte dich um eine Empfehlung. Und du kennst den Geschmack eigentlich noch gar nicht so, was bei dem am besten passt. Wie kriegst du das raus? Naja, ich habe ja ein ganz gutes Gefühl. Und natürlich gibt es so zwei, drei Fragen, die man so stellen kann. Man guckt erstmal, wie sieht die Person aus? Ist sie sehr gestresst oder lieber nicht? Macht das jetzt aus der Höflichkeit, weil alle sich irgendwie so ein Bier braten lassen oder weil man wirklich Bock darauf hat? Dann kann man so ein bisschen vorfühlen, ob derjenige schon mal Craft-Bier-affin war, ob er schon mal im Ausland war, schon mal irgendwelche Sorten probiert hat oder nicht. Und dann kann man natürlich auch gucken, was ist da jetzt? Und dann einfach fragen. Dann soll ich dir jetzt was geben, was dir auf jeden Fall schmeckt? Bist du bereit, wenn was ausgefallen ist? Vielleicht ansonsten gibt es auch mal einen Probierschluck aus dem Hahn, was ganz klein ist, einfach um zu gucken, wie es funktioniert. Meistens liege ich relativ gut damit, weil natürlich Empfehlungen oder persönliche Empfehlungen sind ja auch viel Sympathie und viel Vertrauen dann. Das heißt, meistens geht es selbst, wenn man sagt, okay, das erste fand ich gut, passt zum Essen gepasst, aber ich gehe jetzt doch lieber auf den Pilz zurück. Das ist immer eine Gefühlssache. Wenn du sympathisch rüberkommst, hat der Gast Vertrauen zu dir und dann schmeckt es ihm auch gleich besser. Ja, tatsächlicherweise, ja. Das ist so ein Placebo-Effekt. Wie viele verschiedene Sorten habt ihr denn, um bei dem Beispiel altes Mädchen zu bleiben, denn im Angebot gehabt? Im alten Mädchen sind über 60 verschiedene Biere fest auf der Karte. Es wechselt aber immer wieder. Es gibt immer wieder saisonale Biere, Biere der Woche, ganz, ganz viele Specials, einfach mit drin von allen möglichen Brauern. Wenn die jetzt irgendwie zum Craft-Baday vorbeikommen und sagen, wir nehmen nochmal ein paar Biere mit in deinen Kofferraum, bringen uns was mit und dann haben wir dann irgendwelche Spezialitäten am Hahn, die es sonst eigentlich nicht gibt. Also es wechselt immer. Wenn du sagst, am Hahn habt ihr 60 dann vom Fass? Über 10, weit über 10 vom Fass. Und das wechselt ab und an? Genau. Was gehört zum Standard? Was muss immer da sein? Klar, Pale Ale, IPA vom Hahn, Pilz, Weizen, klar. Dann hat man vielleicht auch mal ganz ausgefallenes, irgendwie ein Tab X, also auch wirklich sehr starkes Weizen, vielleicht hat man Specialsude oder ganz bitter Specialsude, ein Witbier oder ein Summer Ale, gerade ist ja gerade Summer Ale-Zeit. Das sind ganz leichte Biere, die Hopfen gestopft sind, aber nicht so viele Alkohol enthalten. Da kann man ein bisschen mehr von trinken. Aber da muss ordentlich Umsatz sein, die müssen ja auch weg, die dürfen ja nicht allzu lange im Kassel. Das kriegt man wohl hin. Du hast im Braugasthaus Altes Mädchen gearbeitet, hast dich da jetzt aber verabschiedet, um selbstständig zu arbeiten. Wie verdient man als Sommelier selbstständig sein Geld? Ja, also natürlich finde ich, man muss ein bisschen kreativer sein. Aber ich habe mich natürlich in erster Linie verabschiedet, weil ich ein anderes Projekt machen wollte und einfach mal ein bisschen rauskomme, um neue Ideen zu sammeln. Und zwar arbeite ich mit den Foodisten zusammen. Die Foodisten. Genau, das ist eine Hamburger Start-up für ganz besondere Boxen. Die werden nämlich mit verschiedensten speziellen Delikatessen gefüllt. Und wir versuchen ab nächsten Monat, eine Craft Beer Box zu designen, fertigzustellen, die man sich nach Hause bestellen kann. Fünf oder sechs Biergisse drin mit Anleitung, wie man verkostet, was die Unterschiede sind mit Erklärung. Und das ist eine ganz, ganz tolle Sache, für die ich gerne hinarbeite. Sind da dann nur die Biere drin oder sind da auch Häppchen da drin, die man dazu verzehren kann? Die Häppchen gibt es auch, entweder mit da drin oder sonst im Online-Shop mit dazu zu bestellen, mit Erklärungen dazu, warum das zueinander passt, was das besondere Foodpairing drin ist, mit einem kleinen Booklet drin, die noch ein bisschen ins Detail gehen. Natürlich online werden dazu noch Clips produziert, die man sich auch anschauen kann. Also wir sind da recht umfangreich. Wird aber nur online vertrieben oder gibt es das auch dann in speziellen Läden? Im Moment nur online, www.fodis.de und dann kann man das sich schicken lassen, ganz praktisch. Machst du ansonsten, wie das Sommeliers im Weinbereich machen, auch Kurse, wo man vor Kosten lernt, wo man lernt, welches Bier zu welchem Essen passt oder sowas? Genau, also ich halte Vorträge, man kann mich natürlich auch buchen, ob es auf Messen sind, ich bringe Biere mit, halte aber auch sehr fachliche Vorträge, irgendwie intern quasi, ist jetzt nicht unbedingt für die breite Masse gemacht, bin in der Jury für den European Beer Star. Der European Beer Star. Genau. Wer wählt da was? Da werden alle Biere eingeschickt aus ganz Europa, alle, die gerne eine Medaille haben wollen und dann gibt es einen Verbund von der Braunien Österreich und verschiedenen großen Brauereien, die dann die Möglichkeiten zur Verfügung stellen und natürlich von der Akademie für Brauer von Döhmens, die ihre Räumlichkeiten zur Verfügung stellt und dann natürlich auch mit auswählt, wer verkosten darf und dann wird quasi eben in der großen Gruppe zwei Tage lang ganz, ganz viel Bier getrunken, um da wirklich gut bewerten zu können. Werden da auch Industriebiere eingeschickt? Auf jeden Fall auch, aber die gewinnen wir wahrscheinlich meistens nicht. Die Akademie, die du erwähnt hast, hast du da auch dein Diplom gemacht? Genau, richtig. Kann man das überhaupt noch woanders machen? Oder sind das Monopolisten? Monopolisten im Sommelierbereich. Also man kann das natürlich in den USA dann machen, dann heißt es Ciceroan mit diversen Instituten da. Kann man das quasi testen? Kann man sagen, was da das Männer-Frauen-Verhältnis ist bei den Leuten, die ein Bier-Diplom machen wollen? Ja, also 90-10 würde ich sagen, zu 10% Frauen, der Rest eher Männer. Vielleicht ändert sich das noch ein bisschen. Ihr habt ja eine große Auswahl. Oder sitzen da lauter Männer in Lederhosen und Bierbäuchen? Durchaus, ja. Echt? Das Klischee ist gar kein Klischee, oder Florian? Nee, das ist tatsächlich auch Tagesordnung. Nicht nur natürlich, aber es kommt vor. Es gab früher den dummen Spruch, ich sage jetzt einfach mal dumm dazu, ein Pilz braucht sieben Minuten, so einen Zapfen. Furchtbar. Quatsch, ne? Quatsch, totaler Quatsch. Warum war das so, oder warum ist das Quatsch? Naja, wegen der Schaumkrone hat man gedacht, dass man dementsprechend langsam zapfen sollte, aber in einem richtig großen Läden können zusperren, wenn sie sieben Minuten ihr Bier zapfen wollen. Darf mal abgesehen, es bekommt den Bier ja auch nicht, wenn es so lange gezapft wird. Es schmeckt nicht besser dadurch. Es wird vor allen Dingen wärmer. Es steht ja da einfach mal sieben Minuten lang. Und Bier ist ja sauerstoff- und lichtempfindlich. Also es ist total überflüssig, meiner Meinung nach. Trinkst du lieber Bier vom Fass oder aus der Flasche? Kommt auf das Bier an. Aber vom Fass, wenn man natürlich ein Bier hat, was in einem 50-Liter-Fass nochmal ein bisschen reifen kann und auch gut durchgekühlt ist und dann nochmal belüftet wird quasi, kommt nochmal Sauerstoff drauf, entfalten sich die Aromen natürlich sehr gut. Deswegen schmeckt es manchmal einen Ticken besser. Einen Hauch. Und wenn du eine Flasche hast, direkt aus der Flasche oder erstmal ins Glas? Erstmal ins Glas auf jeden Fall. Ich will mir ja die Farbe angucken. Ich will ja sehen, was ich da trinke. Aber das ist natürlich mein persönlicher Vorteil. Man kann natürlich auch super aus der Flasche trinken und auch gerne mal aus der Dose. Echt? Oder Glasflasche fahren. Und dann noch Mehrweg womöglich. Genau, na klar. Es gibt ja auch Plastikflaschen inzwischen. Ja, aber ganz furchtbar. Von vielen Leuten gerne genommen, weil man nicht so schleppen muss. Das schmeckt auch ganz, ganz schlimm. Also wirklich. Sollte man jetzt genau zuhören, kein Plastik kommt nicht gut. Haben Männer und Frauen unterschiedliche Geschmäcker? Männer und Frauen sind ja sowieso sehr unterschiedlich. Ja, aber nicht von Haus aus eher erlernt, würde ich sagen. Erlernt? Ja, ja. Man kriegt ja immer so beigebracht was von seinen Eltern. Und Frauen werden wahrscheinlich eher irgendwie zu anderen Sachen gedrängt oder kriegen andere Sachen vorgeschlagen als ein Mann. Also ein Mädchen kriegt weniger ein Fußball geschenkt als jetzt der Junge. Das ist ganz klar. Das ist natürlich beim Geschmack ein bisschen ähnlich. Frauen sind aber viel, viel mutiger. Sie probieren was aus. Die sagen, ach komm, davon habe ich gehört. Wir testen das jetzt mal. Und sind da auch eigentlich viel freier. Lassen sich öfter überzeugen und sind da auch so ein bisschen mutiger einfach. Oder trinken dann dieses grässliche Zeug wie Green Lemon oder sowas. Da bin ich raus. Das war mein persönlicher Geschmack jetzt. Ich finde das furchtbar. Genau, das ist ja noch ein bisschen der alte Industriebiermarkt. Den räumen wir jetzt ein bisschen auf. Craft Beer ist nicht mit Lemon, sondern vielleicht mal mit Kirschen, aber auch traditionell so hergestellt. Dann kamen auch von den Hörern in Mails Fragen, wo kriegt man denn so leckere Craft Biere? Genau, also es kommt jetzt auch in den Einzelhandel. Einige Einzelhandel schaffen das klar um die Ecke. Dann kann man es online bestellen natürlich. Craftbeerstore.de. Es gibt auch schon die ersten Stores, also in den Großstädten. Und ich denke, es werden immer mehr eröffnen. Das dauert halt ein bisschen, bis es leider in den kleineren Regionen, nicht so besiedelten Regionen angekommen ist. Aber da immer über das Internet gehen, kriegt man alles. Sind ja auch kleine regionale Brauereien, die gar nicht die ganze Welt beliefern dürfen und können und sollen. Genau, richtig. Alles klar. Sendezeit ist zu Ende. Ich bedanke mich für das Gespräch. Vielen Dank. Und ja, ich probiere da noch mal ein bisschen rum. Ja, schön war's.